Radio Preis, also auch Frauen sind von mir nicht sicher, haben wir gerade in mir auch schon gesehen. Dann werfe ich mich an die Brust von Hubertus Mayer-Burgert am 7.9. Am 11.9. treffe ich Max Giesinger und bin in guter Stimmung, würde ich sagen. So sieht es zumindest auf dem Bild aus. Am 14.9. auch die Homosexuellen sind von mir nicht sicher, mache ich mich an Österreichs Vorzeige, Homosexuellen, Alfons Haider ran. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, aber man spürt, wie es zwischen uns prickelt. Und dann ganz unten Semino Rossi, endlich. Ich gehe mal aus dem Weg, dass sie es sehen können, wie er noch versucht, also sich vor meinen Übergriffen zu wehren, indem er sich die Gitarre wie so eine Art schillt. Vor die Brust hält, ist mir völlig wurscht, wenn dann will ich die Ehre umdrehen. Es nützt gar nichts, wenn du das hier... Merkst du ja, Alex. Ja, ja, einen schönen Tief. Ich hoffe, du musst ein bisschen tiefer halten, um auszulegen.